Dies ist eine kurze und einfache Übung, um Ihre Mobilität in der Hüfte zu erhalten. Stellen Sie einen Fuß in leichter Schrittstellung auf einen Stuhl. Durch sanftes Vorneigen des Oberkörpers und des Beckens bringen Sie die rückwärtigen myofaszialen Strukturen in Dehnung und mobilisieren zeitgleich die angestellte Hüfte. Schmiegen Sie sich etwa sechs- bis achtmal sanft in die Spannung hinein, bis sie nachlässt. Um unterschiedliche fasziale Züge zu erreichen, können Sie Ihre Fußspitze nach innen und außen drehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017